Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video erkläre ich euch die Geschichte der Sowjetunion nach Stalin. Wie kam Khrushchev an die Macht und welche Politik verfolgte er? Wie wollte Brezhnev die Sowjetunion stabilisieren? Warum wollte Gorbatschow die Sowjetunion reformieren? Was versteht man unter Perestroika und Glasnost? Und wie kam es zum Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991? Diese und einige Fragen mehr werde ich euch in den nächsten Minuten beantworten und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich die wichtigsten Fakten erklären. Jetzt geht's los. Die Sowjetunion stand nach dem siegreichen Zweiten Weltkrieg als eine militärische Supermacht da. Doch der Preis dafür war hoch gewesen, denn die Sowjets hatten die Hauptlast im Krieg gegen Nazi-Deutschland getragen. Verluste von geschätzt rund 30 Millionen Menschenleben und ein vom Krieg verwüstetes Land waren eine große Hypothek. Stalin wurde als der Retter der Sowjetunion gefeiert. Aber auch nach dem Krieg führte der Diktator sein Zwangs- und Terrorregime fort. Im Lagersystem Gulag wurden weiterhin Millionen von Sowjetbürgern unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt. Zwangsarbeit, Rechtslosigkeit, staatlicher Terror, Folter, gezielte Säuberungen und Willkür waren weiterhin Stalins Mittel zur Staatsführung. Nur Stalins Tod im März 1953 verhinderte eine bereits propagandistisch aufgebaute und angelaufene Säuberungs- und Verhaftungswelle. Doch wer würde dem allmächtigen Stalin nachfolgen? Und vor allem, wie würde dieser Nachfolger dann auch das Land führen? Gleich nach Stalins Tod begannen sich die Mitglieder des Präsidiums der Kommunistischen Partei für seine Nachfolger in Stellung zu bringen. Denn eine Nachfolger hatte Stalin nicht aufgebaut, denn bekanntlich misstraute Stalin ja jeden und sah überall Verschwörungen gegen seine Person. Im Laufe der folgenden Monate setzte sich in diesem Machtkampf Nikita Khrushchev durch und wurde am 7. September 1953 offiziell zum ersten Sekretär des Zentralkomitees und somit zum Führer der Kommunistischen Partei gewählt. Nun hielt Khrushchev die Fäden in der Hand. Khrushchev führte die gleich nach dem Tod Stalins im März 1953 begonnene Auflösung des Gulags fort. Innerhalb von 5 Jahren wurden rund 4 Millionen Gefangene freigelassen, was die Sowjetunion aber auch vor große Herausforderungen stellte. Denn der Bevölkerung musste man nun auf einmal erklären, warum diese vormals als Volksfeinde denunzierten und ausgegrenzten Personen nun auf einmal keine Feinde mehr waren. Und weiters mussten diese ja irgendwie in die Gesellschaft integriert werden, was doppelt so schwierig war. Denn einerseits weigerten sich die Behörden in den einzelnen Sowjetrepubliken, diese Leute zurückzunehmen und geschweige denn ihnen Arbeit und Wohnung zu geben. Und andererseits war es für diese Leute, die ja jahrelang in Gefangenschaft, im Zwangssystem, der Lager des Gulag waren. Die waren menschlich total abgestumpft und konnten sich natürlich nur mehr sehr schwer integrieren. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Aufarbeitung des Stalinismus war Khrushchevs sogenannte Geheimrede im Jahr 1956. Bereits ein Jahr zuvor hatte das Präsidium eine Kommission eingesetzt, um einen Bericht über Stalins Schreckenherrschaft zu erstellen. Mit diesem ging Khrushchev nun an die Öffentlichkeit und thematisierte den Terror Stalins gegen die Delegierten, die Deportation von ethnischen Minderheiten, Stalins Fehlentscheidungen im Zweiten Weltkrieg und auch den Personenkult rund um Stalin. Trotz dieser ungewohnt offenen Kritik wurde natürlich nicht alles ans Tageslicht gebracht. Stalins Beitrag zum Aufbau der Sowjetunion bis ins Jahr 1934 wurde natürlich weiterhin gewürdigt und die bis dahin durchgeführte brutale, zum Beispiel Enkulakisierung, die Kollektivierung oder auch die Schauprozesse wurden nicht thematisiert. Eine Diskussion über den Stalinismus wurde natürlich auch nicht zugelassen. Und ursprünglich war diese Geheimrede auch nur für die Parteiöffentlichkeit gedacht. Doch aufgrund der Eigendynamik, die diese Geheimrede auslöste, entschied man sich dazu, doch eine Zusammenfassung in der Staatszeitung Pravda abzudrucken. In den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft versuchte Khrushchev durch Reformen die Sowjetunion nach vorne zu bringen, ohne jedoch die sowjetische Grundordnung anzutasten. Er wollte den Menschen eine Vision der kommunistischen Gesellschaft geben und vor allem wollte er auch ihren Lebensstandard erhöhen, der im Vergleich zum Westen einen großen Rückstand aufwies. Denn auch am allgemeinen Lebensstandard, so meinte Khrushchev, würde die Leistungsfähigkeit des kommunistischen Systems gemessen werden. Das dringendste Problem der Sowjetunion war aber, dass sie ihre Bürger aus eigener Leistung heraus nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgen konnte. Daher initiierte Khrushchev Programme zur Neugewinnung von Ackerland. Er ließ unrentable Kleinbetriebe zu Großbritzen zusammenlegen, erhöhte die Ausstattung der Landwirte mit Maschinen und Traktoren und begann den Bauern auch mehr, Eigenverantwortung zu übertragen und bezahlte ihnen tatsächlich mehr Gehalt, mehr Geld für ihre Arbeit und für ihre Produkte. Aufgrund des Regen-Engagements Khrushchevs in der Landwirtschaft, vor allem bei der Förderung der Fleischproduktion, wurde Khrushchev in der Sowjetunion auch spöttisch als der Maismann bezeichnet. Trotz aller Bemühungen musste die Sowjetunion doch noch weiterhin Getreide importieren, um Hungersnöte zu vermeiden. Neben der ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln war die Schaffung vom neuen Wohnraum ein wichtiges Projekt von Khrushchev. Im Jahr 1956 kündigte er ein gewaltiges Wohnbauprogramm an. Dafür ließ er sogar ein neues Wohnbaukonzept ausarbeiten und entwickeln, den sogenannten Plattenbau, den wir heute ja auch noch kennen. Der geht auf Khrushchev zurück. Standardisierte, schlichte und zweckorientierte Wohnungen, in Blöcken aus Beton wurden massenhaft errichtet und die waren mit Fliesenwasser ausgestattet, mit Zentralheizung, einem eigenen Bad. Also für die damalige Zeit war es äußerst attraktiv, in einem Plattenbau zu leben. Unter Khrushchev verbesserten sich auch die Lebensumstände vieler Sowjetbürger. Doch seine Reformen stießen nicht nur auf Gegenliebe. Bei vielen Parteifunktionären und vor allem bei der Armeeführung sah man es äußerst kritisch, dass er mehr Mittel für die Stärkung des privaten Konsums und die Erhöhung des Lebensstandards verwendete, die ansonsten in die Rüstung geflossen wären. In der sowjetischen Außenpolitik begann unter Khrushchev das sogenannte Tauwetter im Kalten Krieg. Khrushchev selbst sprach von der friedlichen Koexistenz zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem östlichen Sozialismus. Er beendete 1953 den Koreakrieg, unterzeichnete 1955 den österreichischen Staatsvertrag, ließ die letzten japanischen und deutschen Kriegsgefangenen frei und beteiligte sich rege an der UNO. Khrushchev wollte eine militärische Konfrontation vermeiden, forderte aber für die Sowjetunion den Respekt einer atomaren Supermacht ein. Er reiste auch mehrmals in den Westen. Unter anderem besuchte er als erster sowjetischer Staatsführer im Jahr 1959 die USA. In seiner Ära gab es aber nicht nur Entspannung. Der Abschuss eines US-Spionageflugzeugs über der Sowjetunion im September 1960 führte zu einer Krise, die den Hardlinern in der Sowjetunion wieder Aufwind gab. Als Khrushchev die US-Spionageflüge vor der UNO vergeblich kritisierte, geriet er dermaßen in Rage, dass er angeblich mit seinem Schuh auf den Tisch hämmerte. Khrushchev stimmte 1961 dem Bau der Berliner Mauer zu und im Oktober 1962 stand die Welt kurz vor dem Dritten Weltkrieg, nachdem Khrushchev Atomwaffen auf dem Verbündeten Kuba stationierte. Die Kubakrise übrigens in einem anderen Video von mir. Im Ostblock führten die Sowjets aber einen rigiden Kurs. Nach Stalins Tod und den beginnenden Reformen in der Sowjetunion und der Khrushchev selbst erhielten auch die sowjetischen Satellitenstaaten Reformbewegungen Aufwind. Jedoch wurden diese Bewegungen mithilfe der Roten Armee niedergewalzt, wie etwa der Aufstand in der DDR 1953 oder in Ungarn und Polen 1956. Mit dem zweiten großen kommunistischen Staat, mit China, kam es unter Khrushchev im Jahr 1960 zu einem Zerwürfnis. Die Sowjets hatten Mao und seine Kommunisten jahrelang militärisch und wirtschaftlich unterstützt. Doch Mao war immer weniger bereit, die Führungsrolle der Sowjetunion im kommunistischen Lager anzuerkennen. Die Sowjetunion versuchte in den 60er Jahren auch ihren politischen Einfluss nach Südamerika, Afrika, Südostasien weiter auszudehnen, was aber nicht vom großen Erfolg gekrönt war. Um die Fortschrittlichkeit der Sowjetunion und die Überlegenheit des kommunistischen Systems der Welt zu beweisen, hatte bereits unter Stalin ein ehrgeiziges Raketenprogramm begonnen, das Khrushchev nun weiterführte. Im Jahr 1957 schossen die Sowjets mit einer Trägerrakete den ersten Satelliten der Menschheit, genannt Sputnik, in den Weltraum. Dieser gewaltige Erfolg erhöhte das Prestige der Sowjetunion und auch das Prestige Khrushchev selbst enorm. Im Westen sprach man vom sogenannten Sputnik-Schock, denn in der Tat lag der Westen in der Weltraumtechnologie und in der Weltraumforschung deutlich hinter der Sowjetunion zurück. Im April 1961 beförderten die Sowjets mit dem Kosmonauten Yuri Gagarin den ersten Menschen in die Erdumlaufbahn. Ein weiterer großer Sieg für die kommunistische Welt. Erst im Wettlauf zum Mond konnten die Amerikaner gewinnen, indem 1969 Apollo 11 erstmals Astronauten auf den Erdtrabanten brachte. Zu Beginn der 1960er Jahre begann Khrushchev Stern in der Sowjetunion aber allmählich zu verblassen. Seine nur wenig fuchtende Reformpolitik wurde innerhalb der Partei kritisiert. Seine Außenpolitik und da vor allem das bereits angesprochene Zerwürfnis mit China und den sowjetischen Gesichtsverlust in der Kuwait-Krise sowie die geringe Unterstützung der Schwer- und Rüstungsindustrie wurde kritisch gesehen. Doch durch eine Parteireform verprellte er sich zudem viele Funktionäre, die eigentlich seinen Machtbasis in der Partei bildeten und somit schwand auch seine Unterstützung. Im Oktober 1964 wurde Khrushchev schließlich gestürzt und sozusagen in Rente geschickt. Er selbst sah es ironischerweise als einen großen Erfolg seiner Reformpolitik an, dass er lediglich abgesetzt und nicht wie viele Führer vor ihm zuvor verhaftet oder gar erschossen wurde. Nikita Khrushchev wurde vor seinem eigenen Zögling Leonid Brezhnev gestürzt, der sich auch gleich an seine Stelle setzte. Brezhnev war im Gegensatz zum emotionalen, hitzigen und begeisterungsfähigen Khrushchev ein nüchterner, ruhiger, freundlicher und ausgeglichener Mensch. Unter Brezhnev wurde der Druck der sowjetischen Staatsmacht wieder verstärkt. Politische Abweichung und Autonomiebestrebungen wurden unterdrückt und die Ansätze einer Meinungs- und Diskussionskultur, die unter Khrushchev begonnen hatte, wieder rückgängig gemacht. Abweichler, sogenannte Dissidenten, wurden wieder verfolgt, verhaftet und verbannt. Wie Khrushchev versuchte auch Brezhnev, den Lebensstandard der Sowjetbürger zu verbessern. Wenn die Menschen mehr konsumieren würden und könnten, dann würden sie auch motivierter sein, so sein Credo. Auch sah Brezhnev einen großen Handlungsbedarf in der Landwirtschaft wie schon Khrushchev. Er sorgte dafür, dass die Bauern erstmals kostendeckende Preise für ihre Erzeugnisse erhielten und erhöhte auch die Löhne in der Landwirtschaft. Damit wollte er auch der Landflucht entgegenwirken, denn die jungen Sowjetbürger zog es vom Land in die Stadt, wo der Lebensstandard höher war und vor allem wo sie besser bezahlte Berufe ausüben konnten. Auch in puncto Wohnraumbeschaffung seste Brezhnev wie zuvor Khrushchev auf einen massiven Ausbau von Wohneinheiten. Innerhalb des Ostblocks hielt Brezhnev die Satellitenstaaten wieder an einer kürzeren Leine. Zu spüren bekamen diese Politik vor allem die Tschechoslowaken. Der dortige Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Alexander Dubček, hatte 1968 Reformen eingeleitet, die einen Sozialismus mit menschlichen Antlitz propagierten. Er hob die Zensur der Presse auf und in der Öffentlichkeit wurde die Freundschaft zur Sowjetunion und die allgemeine Verteidigungsstrategie, also der Warschauer Pakt, infrage gestellt. Daraufhin besetzten Truppen aus Polen, Ungarn, Bulgarien und der Sowjetunion die Tschechoslowakei, Dubček und weitere hochrangige Regierungsvertreter wurden festgenommen. In der Sowjetunion war man sich einig, dass man im Kräftemessen des Kalten Krieges kein Land aus dem Verteidigungsbündnis bzw. aus dem kommunistischen Lager ausscheren dürfte, damit man hier dieses Gleichgewicht aufrechterhalten konnte. Die Selbstbestimmung eines Warschauer Paktstaates hörte somit dort auf, wo die Interessen der sozialistischen Gemeinschaft bedroht wurden. Diese Maxime wurde im Westen bzw. überhaupt als die Brezhnev-Doktrin bezeichnet. Brezhnev setzte in seiner Politik gegenüber dem Westen auch auf Entspannung und versuchte, das für die Sowjetunion ruinöse Wettrüsten mit der USA zu begrenzen. In Europa entspannte sich durch die Ostpolitik des deutschen Kanzlers Willy Brandt und der damit einhergehenden Anerkennung der deutschen Grenzen und der DDR die Lage zu Beginn der 1970er Jahre deutlich. In diesem neuerlichen Tauwetter wurden die Salkverträge zur Begrenzung und Abrüstung von Nuklearwaffen zwischen den Sowjets und den Amerikanern geschlossen. Auch Wirtschaftsabkommen wurden zwischen der Sowjetunion und den USA geschlossen, die den Sowjets wichtige Importe an Getreide und Gebrauchsgütern sicherten. Brezhnev war auch bemüht, das zerrüttete Verhältnis mit China wieder zu verbessern, was ihm aber nicht gelang. In den Ländern der dritten Welt konkurrierte die Sowjetunion weiter mit den USA um politischen Einfluss. Doch das außenpolitische Engagement der Sowjets überforderte mehr und mehr deren eigene Wirtschaft. Einerseits mussten sie ja ihre Bruderstaaten im Ostblock mehr oder weniger subventionieren und andererseits forderte ihr Selbstbild als globale Supermacht immer mehr Unterstützungslieferungen in die dritte Welt. Neben Waffen mussten die Sowjets vor allem auch Lebensmittel in diese Partnerländer liefern, die sonst im eigenen Land schon knapp waren. Und Gegenleistungen gab es dafür eigentlich kaum. In vielen Ländern, wie auch in Afghanistan, begannen die Sowjets mit dieser Politik. Und klassisch zuerst mit Wirtschaftshilfen, Militärberatern, Waffenlieferungen und Millionenkrediten. Nachdem Moskows Vertrauensmann dann in Afghanistan aus dem Amt geputscht wurde und ermordet wurde, schickten die Sowjets im Jahr 1979 Truppen in das Land. Die Sowjets schätzten die Lage am Hindukusch aber falsch ein und verstrichten sich in einen zehn Jahre dauernden Konflikt, der ihre Ressourcen überstrapazierte und rund 15.000 sowjetischen Soldaten sowie zwei Millionen Afghanen das Leben kostete. In der Ära Brezhnev hatte sich das sowjetische System verkrustet. Politische Seilschaften und Korruption hatten zu einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stillstand geführt. Die Sowjetunion wurde von einer Garde alter Männer regiert. Brezhnev selbst war zudem tablettensüchtig und wirkte zusehends apathisch und war häufig auch gar nicht einmal ansprechbar. Nach seinem Tod im Jahr 1982 folgten ihm Weggefährten aus seinem Dunstkreis nach, die aber beide gleich alt und gleich krank wie er selbst waren. Juri Andropov konnte nach 100 Tagen im Amt das Krankenhaus wegen seines Nierenleidens nicht mehr verlassen und ihm folgte dann 1984 Konstantin Tschanenko, der zu diesem Zeitpunkt schon so krank war, dass er ein Jahr nach seinem Amtsantritt verstarb. Am 11. März 1985 wurde der erst 54-jährige Michael Gorbatschow zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt. Gorbatschow entstammte einer anderen Generation als seine kreisen Vorgänger und deren Machtapparate und Seilschaften waren ihm zuwider. Der Jurist und Agrarfachmann Gorbatschow wollte das sowjetische System reformieren und verkündete gleich nach seinem Amtsantritt das Reformprogramm Perestroika. Begleitet sollten seine Reformen von Glasnost sein, also Transparenz und einer Tradition der Kritik und Selbstkritik, aber natürlich nur in einem Rahmen, der von der Kommunistischen Partei vorgegeben wurde. Doch mit Glasnost öffnete Gorbatschow die Büchse der Pandora, denn als auf einmal die staatliche Kontrolle der öffentlichen Meinung und der Medien gelockert wurde, wurde vielmehr infrage gestellt, als Gorbatschow lieb war. Etwa die Machtposition der Kommunistischen Partei, die Planwirtschaft, der Sozialismus, der Staatsterror, Nationalitätenkonflikte. Neben einem Programm zur Demokratisierung der Sowjetunion durch freie Wahlen, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit war Perestroika im Wesentlichen eine Reform der sowjetischen Wirtschaft. Gorbatschow hatte erkannt, dass die Sowjetunion auf dem Gebiet der Wirtschaft immer weiter hinter den Westen zurückfiel. Seine Vorgänger hatten die Schwerindustrie und die Rüstungsindustrie gefördert und die Landwirtschaft und die Konsumgüterindustrie vernachlässigt. Gorbatschows Wirtschaftsprogramm war vor allem darauf ausgerichtet, die Wirtschaft zu liberalisieren und die staatliche Kontrolle zu lockern, also mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Angebot und Nachfrage sollten berücksichtigt und die Produktion auf Kostendeckung und Profitabilität ausgelegt werden. Er ließ erstmals seit der neuen ökonomischen Politik Lenins aus den 1920er Jahren wieder Privatunternehmen zu und öffnete die sowjetische Wirtschaft für Investoren aus dem Ausland. Damit glaubte er, die Wirtschaft zu modernisieren und den Sozialismus und das sowjetische System wieder auf Vordermann bringen zu können. Doch die Reformen stürzten die sowjetische Wirtschaft in eine tiefe Krise. Die größere Freiheit in den Staatsbetrieben führte nämlich dazu, dass sich die Arbeiter selbst kräftig ihre Löhne erhöhten, die Produktivität jedoch zurückgingen. Das bedeutet, auf gut Deutsch gesagt, sie bekamen oder sie ließen sich mehr bezahlen und arbeiteten dafür weniger. Dass das nicht funktioniert, kann man sich gut vorstellen. In der Konsequenz war also mehr Geld im Umlauf, jedoch das Warenangebot stieg nicht an. Die Schlangen vor den Geschäften in der Sowjetunion wurden länger und die Regale immer leerer. Doch zur großen Katastrophe kam es vor allem in der Landwirtschaft. Dort hatte Missmanagement dazu geführt, dass in vielen Teilen der Sowjetunion im Herbst 1988 Lebensmittel nur mehr über Lebensmittelkarten bezogen werden konnten. Der Schwarzmarkt blühte natürlich, wo herrende Preise für Lebensmittel verlangt wurden. Und nicht zuletzt wurde der Schwarzmarkt auch noch durch eine Alkoholprohibition zusätzlich verstärkt. Die miserable wirtschaftliche Lage führte zu großem Unmut in der Bevölkerung, die ihn bei Demonstrationen und bei Streiks auch deutlich zeigte. Gorbatschows Perestroika- und Glasnostpolitik veränderte auch die Außenpolitik der Sowjetunion. Gorbatschow suchte die Verständigung mit dem Westen und begann Abrüstungsgespräche mit dem US-Präsidenten Ronald Reagan. Gorbatschow drängte auch die sowjetischen Bruderstaaten zu reformen. Als es in Polen im Sommer 1989 zu freien Wahlen kam, DDR-Bürger über Ungarn durch den einzelnen Vorhang in den Westen flüchteten und in der Tschechoslowakei mit der Samtenrevolution ein Systemwechsel herbeigeführt wurde, schickten die Sowjets erstmals keine Panzer. Gorbatschow setzte damit de facto die Brezhnev-Doktrin außer Kraft und ließ die Entwicklungen in den sowjetischen Satellitenstaaten im Ostblock zu. Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 war die Nachkriegsordnung, die Gorbatschows Vorgänger noch bis hin zum Atomkrieg verteidigt hätten. Geschichte. Und der Warschauer Pakt wurde 1991 aufgelöst. Damit beendete Gorbatschow im Grunde auch den Kalten Krieg. Die neue Meinungsfreiheit durch Glasnost ließ schwelende Konflikte aufbrechen. Etwa wurde mit dem Mythos aufgeräumt, dass in der sozialistischen Sowjetunion alle Völker friedlich und freiwillig zusammenleben würden. Die Freie Presse etwa in den baltischen Staaten thematisierte ihre gewaltsame Eingliederung in die Sowjetunion durch Stalin. Viele Unionsrepubliken sahen sich als Opfer des russischen Imperialismus und wandten sich nach und nach gegen die Zentralmacht in Moskau. Einen Ausdruck dieses Protests war etwa die Wahl zum Volkskongress 1989. Trotz massiver Manipulationen durch die Kommunistische Partei gewannen Kandidaten an Stimmen, die sich öffentlich gegen die Kommunisten gestellt hatten. Zeitgleich arbeitete Gorbatschow an einem neuen Unionsplan, der das Verhältnis der Sowjetrepubliken untereinander neu regeln sollte. Obwohl sich der Großteil der Bevölkerung in einem Referendum für den Erhalt der Union aussprach, waren in einigen Republiken die Unabhängigkeitsbewegungen bereits sehr stark geworden. Im März 1990 beschloss als erstes Land Litauen den Austritt aus der UdSSR. Die Zentralmacht in Moskau reagierte mit einer Wirtschaftsblockade und mit Gewaltaktionen von Militär und Geheimpolizei. Aber die Unabhängigkeitsbestrebungen griffen auch auf andere Sowjetrepubliken über. Doch nicht alle Parteikader waren eben mit dieser Reformpolitik und der angeblichen Schwäche Gorbatschows einverstanden und sahen die Integrität des Staates in Gefahr. Sie wollten Gorbatschow durch einen Putsch beseitigen. Gorbatschow wurde daher während seines Urlaubs im August 1991 auf der Krim festgehalten und für abgesetzt erklärt. In Moskau besetzten Panzer der Putschisten strategische Plätze. Doch Boris Yeltsin, der Präsident der Russischen Republik und einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer im Land erklärte die Absetzung Gorbatschow für illegal und konnte die Massen in Moskau gegen die Putschisten mobilisieren. Bald solidarisierten dann auch die Soldaten mit den Demonstranten und der Putsch scheiterte nach nicht einmal drei Tagen. Gorbatschow kehrte nach Moskau zurück. Doch der Putsch hatte eines ausgelöst. Der Erhalt der Sowjetunion war in ein schlechtes Licht gerückt worden und die kommunistische Partei wurde für diesen Putsch verantwortlich gemacht und daher auch in zahlreichen Sowjetrepubliken verboten und Gorbatschow trat als ihr Generalsekretär zurück. Der Putsch gab eigentlich der Union der sozialistischen Sowjetrepublik den finalen Stoß. Im September 1991 wurde die Umwandlung der Sowjetunion in einen Bund unabhängiger Republik beschlossen und am 8. Dezember 1991 gründeten die Staatsoberhäupter Russlands, der Ukraine und Weißrusslands die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS genannt, der am 21. Dezember weitere acht der insgesamt 15 Sowjetrepubliken beitraten. Die baltischen Staaten hatten kein Interesse Teil der GUS zu sein und Georgien trat ihr auch erst später bei. Die GUS war kein eigener Staat mehr, sondern ein Staat bundunabhängiger, souveräner Staaten, die in einigen Bereichen zusammenarbeiteten. Damit war Gorbatschow eigentlich zu einem Präsident eines Landes geworden, das es de facto nicht mehr gab. Und er trat dann am 25. Dezember 1991 von seinem Amt als Staatspräsident der Sowjetunion zurück. So, das waren nun die wichtigsten Infos zur Geschichte der Sowjetunion nach 1953. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.